Herzlich willkommen zum digitalen Firmenrundgang. Mein Name ist Manuel Stricker, ich bin seit 2008 bei Desma beschäftigt und bin jetzt als Vertriebsingenieur für den süddeutschen Raum zuständig. Ich freue mich, Sie jetzt zu unserem gemeinsamen virtuellen Rundgang begrüßen zu dürfen und bin sicher, dass ich Ihnen einen umfassenden Einblick in das Desma Stammwerk geben kann. Der Ort Friedingen liegt in einer landschaftlich sehr reizvollen Umgebung und ist auch durch die Nähe zum Bodensee bei Naturliebhabern sehr beliebt. Vielleicht auch ein zusätzliches Argument, uns bei nächster Gelegenheit auch persönlich zu besuchen. Unseren virtuellen Firmenrundgang möchte ich hier vor unseren beiden Hauptgebäuden beginnen, die auch die reale Eingangssituation darstellt. Neben dem vorhandenen Firmengelände wurde im Jahr 2019 ein benachbartes Grundstück mit einer Fläche von weiteren 33.000 Quadratmetern zugekauft, sodass sich unsere Grundstücksfläche auf jetzt 62.000 Quadratmeter erhöht hat. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Standortsicherung und weiteres Wachstum in Friedingen. Auf der linken Seite sehen Sie das eigentliche Produktionsgebäude, das unter anderem auch unsere Arbeitslandschaft für unsere Konstruktionsabteilungen, die mechanische Fertigung, den Formenbau sowie unser Zentrallager und die Endmontage beinhaltet. Auf der rechten Seite sehen Sie unser Besucherzentrum und das direkt angrenzende Technikum sowie unseren Vertriebsbereich und unsere Verwaltung.